Immer wieder Ruhe. Und warum habe ich so wenig Fraps? Ja, warum habe ich so wenig Fraps? Meine Bildrate wird in Fraps und nicht in Frames gerechnet. Du sollst doch da rüberfahren. Mensch, mach mich nicht noch wahnsinnig, als ich sowieso schon bin. Oh, die Nachladigschwindigkeit. So, das Autojagt jetzt auch in die Luft. Puh, na wenigstens des treffen sie. Ist ja schon mal was. Lalala, lalala, und ich repariere da jetzt mal den da. Kann ich da vielleicht rüberschießen? Oh, das wäre ja geil. Naja, die haben Kanonen, die haben richtige Kanonen. Ich habe nur so scheiß MG's. Das finde ich voll unfair. Ich fährst jetzt mal da rein. Hm, da können wir vielleicht sogar rein. Ja. Ich habe da eine Idee. Weil ich bin voll schlau, weißt. Ach, ihr repariert noch. Ja, repariert mal den da. Und zwar brauche ich da zu euch. Dann mal speichern. Ich hoffe, ich speichere nicht irgendwo mal völlig falsch. Und habe da total falsche Speicherstände, aber egal. Dann brauche ich einen Sensorturm. Den bauen wir ungefähr hier. Oh, das wird so gut. Das wird so gut. Oh, ja. Meine Brillanz kennt bei wieder keine Grenzen. So, wie sieht die überhaupt mit meiner Produktion aus? Oh, die sind fertig. Oh, das ist ein Zeichn. Was sind das gleich, die? Leichtes Geschütz. Ah, einmal frei. Die laden wir mal voll damit. Moment. Das sind gar nicht alles leichte Geschütze. Ihr wollt mich verarschen. Wo sind meine leichten Geschütze? Maschinengewehr, Maschinengewehr, Laster. Ah, der schon. Ah, der schon wieder. Hier, dich mache ich jetzt kaputt. Komm, stirbt. Tötet ihn. Lass die nicht dann kommen. Führe nicht zu diesen Wechsen. Ja, und er stirbt. Ja. Können die davon 9 bauen? Will ich die Antwort wissen. Oh, was kann ich noch bauen? Oh, oh, NK3. Nein, 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 nein. Geht da weg, geht da weg, ihr Idioten. Oh, was will ich jetzt machen? Ich lade gerade noch meinen Transporter voll. Und wo sind meine ganzen Geschütze? Ich hatte auch ewig die Geschütze. Gibt es da irgendwie ein Einheitenlimit? Ich glaube es fast. Nein. Ah, geil. Moment. Wir fahren einfach. Und noch zwei. Und warum fahrt ihr da nicht weg automatisch? So, reparieren, aber schnell, du. Schießen wir es mal da hin. Und ihr baut noch einen Sensorturm. Aber den war da hinten. Und zwar hier ungefähr. Und du fährst natürlich jetzt zur gegnerischen Basis, ne? Ja, war ja klar. Irgendeinen Idioten hat man immer. Nein, ich will... Was will ich denn? Nein, das will ich auch nicht, ich will das. Oh, ich brauch mehr Einheiten. Egal, ich nehm... Ich nehm Flammenwerfer. Flammenwerfer? Egal, ich nehm sie. Schick her, die Dinger. Ich stelle fest, sie bringen gar nichts, die Türme über die... So eine Scheiße. Oder muss ich die auf höherem Gelände bauen? Probieren wir es aus. Ah, ich hab so wenig Ahnung von dem Spiel. Man merkt's. Aber deswegen ist es ja blick, ne? Wenn ich wüsste, was ich tun müsste, wäre es ja langweilig. Und was macht meine Forschung überhaupt? Und apropos Forschung. Halt, nein. Äh, leichtes Geschütz. Schade, machen wir jetzt 48. Klingt doch schon besser. Kann ich da rüberschießen? Geht das? Nein, Moment. Gab's da nicht so indirektes Feuer oder so? Ah, wir können da unten rüberschießen. Ah, ich bin schlau. Hehehe, fast schon ein bisschen. Oh, ihr Idioten. Oh, schon wieder so. Geht mir auf die Nerven. Und, wow, ich war der schnell tot. Ja, das ist das... Nein, bringt gar nichts. Können wir jetzt da raufschießen? Moment, wir posizieren... Posiz... Positionieren Sie mal da. Ob, schießt nochmal. Oh, komm. Na, also. Halt. Wo fahrt ihr denn hin? Warte mal, da gab's doch. Ah, kann ich so denn jetzt schauen. Okay, muss ich speichern. Ich speichere da. Und da gab's doch so ein Befehl für indirektes Feuer, oder? Moment, Moment. Ah, vielleicht soll ich mir sowas vorher durchschauen. Nein, das ist langweilig. Und zwar, und zwar... Gut, es gibt überhaupt nicht viele Befehle. Es gibt kurze Reichweite. Nein. Wir wollen weite Reichweite, wenn dann schon. Äh, optimale Reichweite ist... I. I. I, merken wir es. I. 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 Muss doch noch sowas wie maximale Reichweite geben, oder? Hallo? Nicht blind. Äh, äh... Subtitelzwerks-Recycling? Ich kann Einheiten recyceln? Äh, das wusste ich natürlich, ja. Das ist... Genau, A, hohe Reichweite ist, uh. Äh, geht der mit S-Knet? Warum geht das mit S-Knet? So ein Mister, den hatte ich gespeichert. Also, uh. Uh, uh, uh. Uh, yeah, baby. Äh. Missionstimer aktiviert. Und... Oh, es funktioniert, okay. Ich habe noch 14 Minuten und... Fahrt ihr denn hin? Sie soll doch da hinfahren hier. Oh, Idioten. Ich bin umgeben von Idioten. Zweifel, aber weg. Ihr habt nichts an der Front verloren. Mach weg da. Kann ich das auch angreifen? Sag mir, ich kann das auch angreifen. Komm. Uh. Nein. Vielleicht, wenn ich weiter hinterfahre. Und mal Verstärkungen. Verstärkungen. Ich brauche Verstärkungen. Komm. Jetzt kann ich noch einen Transporter laden. Leichtes Geschütz. Leichtes Geschütz. Leichtes Geschütz. Es scheint ein Einhaltlimit zu geben. Okay. Müssen wir halt mit etwas weniger auskommen. Kann ich dir das angreifen? Komm. Moment. Fahr da mal her. Ja, geil. Jetzt warten wir einfach ein bisschen. Da kommt inzwischen die Verstärkung. Zweifel da mal raus. Wenn sie es raus schaffen, irgendwann mal. Und Forschung ist abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Kein neues Video. Nix. Ach. Okay. Leichtes Geschütz. Was haben wir jetzt vorher? Oh. 57 und 960 Reichweite. Das klingt schon gar nicht so schlecht. Kommst du da heute noch mal raus oder so? Oder willst du da heimisch werden? Alles klar. Was macht meine Adlerie? Oh, sie greift erfolgreich an. Hätte ich gar nicht von ihr gedacht. Meine Einheiten sind aber sowas Nütze. Okay. Das mit dem Recycling muss ich später noch herausfinden, wie das wirklich geht und so. Hey, ihr dürft ja nicht runterschießen. Oh, geil. Äh, äh, äh. Und? Ach. Okay. Wenn ich da drauf blick, kriege ich... Interessant. Ist ja interessant. Ich soll mir vielleicht doch mal irgendeine Anleitung oder so. Ich soll mir vielleicht doch mal irgendeine Anleitung oder so durchlesen. Verstehe. Ich kann dir jemandem einen Sensor zuweisen und... Moment. Ist ja geil. Wieso sagt mir denn das niemand? Oh, ich glaub, ich kann mir das nicht.